Oh, was? Nein! Rein da. Okay, es arbeitet wieder. Sehr gut. Was wollte ich jetzt? Stöcke, Stöcke, Stöcke. Ich habe so viel Schruz hier drin, aber kein Holz. Okay, dann müssen wir nochmal nach oben. Ach ja. Oh nein. 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 Gänsehaut bei den Geräuschen, sieht man echt Gänsehaut, püriertes Fleisch, jo, guck mal her. Mmh lecker Zombiefleisch, püriertes Zombiefleisch. Knochenmehl, Samen, Seeds, hier haben wir noch mal Holz, sehr gut, halt die Backen, so, Schlafen. So, da lebt bestimmt noch, ne? Okay, und jetzt machen wir uns das dritte Teil, ähm, in zwei Augenblick. Ja, Dienstag, Mittwoch, spät, spät, hm, ja, 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 ist schnell, hm, ja. Hm. 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 Ja, ja. So, da bin ich wieder, sorry, das ist halt, naja, so, ähm, wir waren stehen geblieben bei den, äh, hier, zack, 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 so, dann haben wir das, dann können wir sogar, was habe ich da gesehen, einen Schall machen oder was ist das, gelebte Baumwolle, ach so macht man Baumwolle, warte mal, könnte man nicht damit irgendwie, Baumwolle, könnte man damit nicht irgendwas machen, gewebte, gewebte Baumwolle, ergibt gewebte Baumwolle, ah ja, okay, ja stimmt, dafür sind die, ja, 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 hm, okay, gut, wissen wir Bescheid, so, wir haben jetzt unsere drei Stück, äh, wie war das jetzt, äh, und drei Schnüre, so, okay, äh, so, äh, ne, warte, doch, okay, zack, und, zack, 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 ach genau, andersrum, so, wunderbar, jetzt haben wir einen Fallschirm, das bedeutet, wir können den Fallschirm anlegen, quasi hier, können quasi hier reinpacken, was bedeutet, wenn wir landen würden, ne, dann haben wir die, also, werden wir auf jeden Fall überleben, weil wir nicht abstürzen, in dem Sinne, sondern wir landen weich, und nicht hart, also, ne, so, was macht's hier, Bienenlarve, ich weiß halt nicht, Königins Futtersaft, Königin Futtersaft, was, okay, haben wir noch, haben wir noch ne Königin irgendwo rumliegen, unten im Dings, klingt verrückt, ich weiß, aber hey, okay, wir gucken mal, wie unser Treibstoff aussieht, so, wir haben Sauerstofftanks, aber wir haben noch keinen Sauerstoff, oder, ne, das war jetzt, das sind die großen Sauerstofftanks, genau, müssen wir noch ne Möglichkeit finden, Sauerstoff zu sammeln, Sauerstoffverteiler, haben wir den schon, stimmt, das wollte ich, hätte ich ja, muss ich ja machen, stimmt, das, ich guck nochmal kurz, ob ich den vielleicht doch schon habe, aber ich bezweifle es, ne, Okay, das läuft noch vor sich hin, das reicht noch, sehr gut, Schaltkreisfabrikator, Batteriebox, elektrischer Ofen, okay, dann müssen wir wohl oder übel, ach man, schade, ich dachte, wir hätten jetzt schon große Chance gehabt, aber wir brauchen, zehn Kanister haben wir noch, ach ne, können wir, können wir ja sowieso herstellen, gut, eins, zwei, drei, vier gepresste Eisen, fünf gepresste Eisen plus, ach Leute, es ist nicht so einfach, wenn man ins Raumschiff, äh, wenn man ins Raumschiff fliegen will, sechser, 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 so, gut, dann brauchen wir noch, okay, das können wir ja machen, gepresster Zinn war es noch, okay, heißen wir zu haben, oh, wie ich das Geräusch vermisst habe, ne, das Geräusch vermisst habe, Schärfe eins, Schärfe eins, ich weiß nicht, warum das manchmal mehr ist und weniger, so, okay, das haben wir, sechs Stück haben wir, jetzt brauchen wir die Zinnbargen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, wechselt, zack, okay, dann können wir ja in der Zeit noch ein bisschen sammeln gehen, ne, gucken wir uns noch ein bisschen um, vielleicht findet man ja noch was wichtiges unterwegs, ähm, war hier noch was, also Shortcut, ja, ähm, und hast du drei, vier, fünf, sechs, caur, ne, COFi topics. was wird das jetzt ach so das ist das eisenerz okay ja gut dann weg damit ein eisen 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 sehr gut was ok ok so gepresst ist das haben wir und davon brauchen wir jetzt 12345 ok ok fünf das war jetzt 10 hier gepresst ist das hallo hallo ich habe angst es tut mir leid du hast mir angst gemacht das finde ich nicht gut so ok weiter geht's so dann haben wir dieses dann haben wir ist das ok das war unser buch so dann haben wir das hier zehn kanister müssen wir glaube ich noch haben sprach er und dann ist da haben wir keinen mehr ok den zinnbachen haben wir noch ne quatsch so ah so zehn kanister 2 das arbeitet das das können wir nicht nehmen schade dann machen wir den hier zack 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 warte mal haben wir davon nicht noch eins gehabt ne ok als nächstes 1 2 3 4 kanister und das ok gepresster zinn genau das 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 ich kann das nicht merken es tut mir leid so ok jetzt aber zack zack und natürlich habe ich das wichtigste nicht dabei jetzt aber ganz ruhig zack 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 so und so ok perfekt so das haben wir das müssen wir dann weiß nicht kommt das dahin wo kommt das eigentlich hin sauerstoff konzentrat sauerstoff sammler aber ich dachte ich hätte das ding schon mal gebaut der sauerstoff sammler speichert sauerstoff den er von blättern in der umgebung sammelt genau den werden wir auf jeden fall brauchen werden den dann oben platzieren bzw irgendwo platzieren wo wir welchen haben weil hier ist tote hose wir haben noch eine königin übrig wenn ich die nehmen das ist wenn ich jetzt könig futtersaft ok ok ja gut passt so kann ich jetzt so eine larve verwandeln in eine königin tatsache aber hä ich opfere königinnen um neue also wir haben vier stück haben wir gut so wo wir stehen geblieben genau sauerstoff wir brauchen das hier brauchen wir noch ein lüftungsventil das bedeutet lüftungsventil 1 2 3 4 gepresster stahl und dreimal dreimal sind wir haben schon mal eisen okay so 12 weil wir haben ja schon hier eine 3 2 4 genau so so aluminium brauchen wir auch es könnte alles so viel einfacher gehen aber nein wir wollen es ja so machen wie es gehört so das ist fertig perfekt dann machen wir hier 1 2 3 4 1 2 3 4 wunderbar und wir brauchen vier stück 1 2 3 4 brauche ich für stimmen dafür braucht ich den und den habe ich hergestellt genau genau sind kannister haben wir das muss ich mit basis waver wie mache ich den diamant redstone und dreimal rohe silizium oh gott habe ich noch ein diamant ich habe noch ein diamant sehr gut redstone habe ich diamant silizium zweimal genau energie brauchen wir dann noch dann können wir glaube können wir die kohle nehmen ich glaube nicht nur vier davon dann machen wir hier noch die zinnbarren die müssten glaube ich komplett wie es ist können wir sie bearbeiten schalten schalten ne war das ein schalter oder eine fackel ja eine fackel oder eine fackel oder er besteht zweimal ich habe zwei kommt geht das habe ich jetzt gerade nicht mehr gewusst bin ich ehrlich dass ich zwei ok gut 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 redstone fackeln ok dann machen wir uns wieder eine fackel aber erst mal so das haben wir das brauchen wir noch aluminium dafür brauchen wir basis wafer und dafür brauchen wir eine redstone fackel genau bingo gut und die kriegen wir nur wenn wir holz haben bin ich froh dass wir noch einen diamanten haben ja gut laufen könnte man aufheben wir brauchen holz wir brauchen holz hey du hast du holz für mich was du holz hast du holz nein so jetzt kann man loslegen also das redstone jetzt brauchen wir noch energie lieber ofen ich muss gott der ofen ist leer und das ding ist noch nicht fertig kann ich holz schade das geht natürlich wieder nicht nur du kannst kein holz da reinwerfen ok was kostet mich so ein teil aluminium kabel aluminium kabel kostet wolle aluminium und wolle wolle aluminium wolle super schade so dann zack so bin ich froh dass man dass man das nicht hört perfekt perfekt ok gut das reicht so können wir uns wieder hier anschließen und können weiter ja es darf produzieren so weiter geht's gut wir haben den wafer jetzt können wir das machen vier gepresste und einmal redstone und das hatten wir auch noch nicht ok cool ok kann ist da haben wir wir haben noch an dem wir müssen nochmal gepresstes eisen machen wir haben wir nicht irgendwo noch aluminium mitgenommen ich dachte wir hätten noch aluminium mitgenommen so das kann erstmal dass es nie da ist wo ich es haben wir so zack zack so ach guck mal noch mehr zinnbaren geile basis wave das brauchen wir das brauchen wir nicht gut dann gucken wir mal ob wir noch ein bisschen aluminium finden das müsste ja das hellblaue gewesen sein ich habe keine fackel dabei ich bin so gut ist das hier aluminium ja wohl aluminium erz nice come on haben wir fackeln Ach, wir haben hier noch Aluminiumerz. Geil. So, okay, das müsste reichen, ne? So. Okay, cool. Dann haben wir das auch geschafft. Gut, kein Besuch. Genau. Pressen wir, ach nee, erstmal muss ich einschmelzen. So, das haben wir. Dann machen wir hier zack, drei, eins, zwei, drei, wunderbar, let's go. Und dann haben wir hier zack. So, okay. Silizium, Andesit, Aluminium, das haben wir alles. Gut, dann können wir hier das Ding fertig machen. Freut mich, freut mich auf jeden Fall. Wenn das klappt, mittlerer Sauerstoff, genau, wir sind nämlich gleich auf dem großen Sauerstofftank übergegangen. Können wir mit flüssigem Sauerstoff. Unendlich könnte man natürlich auch nehmen, ne? oh, das können, mhm, 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 mhm. Hä? Ketchup? War das Ketchup? Ne? Süßere Sauerstoff. Süßere Sauerstoff. Ach, du heilige. Damit können wir süßere Sauerstoff machen. Ja, toll. Wahnsinn. Sind wir jetzt fertig? Was macht der Tank? Treibstoff. Natürlich, natürlich. Keine Energie mehr. Gut. Das ist schlecht. Aber wir kriegen es hin. Oben, unten, unten. Ach so, erstmal. Ach Gott. Wie gesagt, so viel Stuff hier, ne? Mittlerweile. Wobei, nee, komm. So. Wir brauchen es ja. Wir brauchen es ja. Und, um wir brauchen es ja. Wir brauchen es ja. Wir brauchen es ja. Untertitelung des ZDF, 2020